Weg zum Five Finger Skywalk am Krippenstein Der Five Finger Skywalk kommt in Sicht. Rückweg von den Five Fingers Die Welterbe Spirale am Krippenstein Wir nehmen die Gepfe Krippe an Totscha. Jo, Jo. Nach der VLink. Die VLink. Vielen Dank. Weg von der Gleitalm bis zur Wiesberghaus. Weg um das Moorgebiet nach der Gleitalm. Weg über Sonntags-K. 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 Weg schon mal. Weg über Sonntags-K. Weg über Sonntags-K. Vielen Dank. Vielen Dank. Durch die Bärengasse. Durch die Bärengasse. Abstieg vom Wiesberghaus. Durch die Bärengasse. 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 Vielen Dank. An den steilen Wänden des Gamskugels vorbei. Stromschnellen Waldbach-Strupp. Stromschnellen Waldbach-Strupp. Stromschnellen Waldbach-Strupp mit der hohen Brücke vorne. Stromschnellen Waldbach-Strupp. Stromschnellen Waldbach-Strupp. Stromschnellen Waldbach-Strupp. Abstieg zum Themenweg Echantal. Okay. Etwas nach dem Tunnel geht es links vor einer Steinbrücke hinunter in den Themenweg. Untertitelung des ZDF, 2020